Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Montag, dem 12.12.2022. Du hörst die Geek Talk Daily, 1286. Und wir haben hier schönes Winter-Wonderland. Kühl, mit Schnee und einfach schön. Home Assistant, Patente, Geteer, Microsoft 100 Tage, Threema, Oppo und Tipps sind die Themen, die ich heute für euch dabei habe. Was ist da alles so passiert? Bei Home Assistant, dem Smart Home Open Source Lösung, ist es Open Source? Auf jeden Fall eine Sammellösung für Smart Home Geräte auf einfachen Geräten, kann man jetzt neu auch mit Matter rechnen. Das Ganze wurde integriert, wie es aber halt so ist mit diesem Matter. Es ist alles noch ganz am Anfang. Es gibt noch nicht viele Geräte, aber die Integration in erster Linie hat stattgefunden und somit kann man langsam, aber sicher da auch dann mit Matter-Geräten umgehen. Das ist alles ein tolles Ding, da es sich immer weiter verbreitet und somit dann auch mehr Möglichkeiten gibt, wenn dann die ganze grosse Gadget-Flut dann irgendwann kommen wird. Ich glaube, die CES wird im Matter-Thema stehen oder vielleicht auch nicht. Ich hoffe es nicht, denn die CES steht ja immer für Dinge, die im Laufe des Jahres dann doch nicht kommen. Aber ja, wir werden es sehen. Huawei hat mit Samsung, aber auch mit Oppo Verträge abgeschlossen. Was für welche? Ja, da geht es um Patente, die sie haben. Im Bereich WLAN, im Bereich Audio, Videotechnologie, im Bereich 5G etc. Und die stellen sie natürlich gegen ein gewisses Entgelt den anderen Herstellern zur Verfügung. Samsung zum Beispiel oder eben Oppo. Die dürfen bis zu 2 Euro, Dollar, einfach bis zu 2,5 Währungseinheiten pro Gerät an Huawei abdrücken, dürfen dafür aber dann die Patente nutzen. Ein Ding, was man eigentlich immer so macht, meistens nicht einfach von sich aus, sondern natürlich durch die Initiative des Patentinhabers. Das sieht man ja aktuell auch mit Nokia, welche Oppo hinten nachgehen und weshalb Oppo in Deutschland zum Beispiel seines Smartphones immer noch nie verkaufen darf, weil sie sich da noch nicht einig geworden sind. Andersrum eben, man kann sich auch vorab einigen und dann zu schönen Ergebnissen kommen. Huawei mag ich das gönnen, denn die haben natürlich auf dem Bereich sehr viel getan, sehr viele Patente vorangetrieben und auch die Technologie generell vorangetrieben und jetzt dürfen sie natürlich auch davon profitieren. Mal schauen, wie das dann das Budget oder das Portemonnaie von Huawei wieder aufwerten lässt. Im Liefergewerbe in Deutschland hat sich ziemlich stark was getan. Da gibt es ja seit der Pandemie oder während der Pandemie sind die Firmen aus dem Boden geschossen wie blöd. Geteer und Gorilla sind natürlich die Grössten, die, zumindest ich, wenn ich in Berlin erst gerade, oder wo ich erst gerade in Berlin gewesen bin, immer wieder gesehen habe, aber auch sonst auf Fotos und in Videos sieht man immer diese farbigen, in unterschiedlichen Kulören begleiteten Menschen, die eben Dinge ausfahren. Und was ist jetzt passiert? Die beiden Grossen sind zusammengegangen. Geteer, das aus Istanbul, also aus der Türkei stammende Unternehmen, hat Gorillas übernommen und das für rund 10 Milliarden US-Dollar. Das sagt zumindest die Finance Times. Ich bin mal gespannt, wie sich da der restliche Teil der Branche weiterentwickeln wird, wenn jetzt die beiden Grossen noch grösser sind und da noch besser auf den Markt drücken können oder und ob es da noch weitere Übernahmen geben wird. Wir dürfen gespannt bleiben. Und spannend ist es bei Microsoft, denn die lassen wieder mal ein Feature fallen auf der Apple-Seite. Der Microsoft Authenticator, von meinem geschätzten Mi-Podcaster, dem Mike, sehr gerne genutzt, wird einfach abgeschnitten. Die App wird keine Apple-Watch-Unterstützung mehr haben und somit bekommst du dann die Two-Faktor-Authentification-Codes nicht mehr auf die Watch gespiegelt. Sehr, sehr unschön, pui Microsoft, wer weiss. Ich glaube nicht, dass der Aufschrei hier genauso gross ist wie bei SwiftKey, dass es wieder zurückkommt, Aber die Geschichte, die Stacia Nadella, der CEO von Microsoft, immer gesagt hat, wir bringen alle Dienste auf alle Geräte, der bröckelt ganz stark, weil sie streichen, streichen, streichen. Unschön, unschön. Nach 100 Tagen iOS 16 ist dieses neue Betriebssystem von Apple auf knapp 70% aller kompatiblen iPhones installiert. Irgendwie habe ich ein bisschen das Gefühl, dass die Zahl von Jahr zu Jahr ein bisschen kleiner wird, aber natürlich ist auch die Anzahl der Geräte, die da draussen sind, immer oder deutlich grösserer. Deshalb überlegt euch, die Auto-Updates einzustellen, nicht nur für Apps, sondern auch für iOS. Es macht euch das Leben leichter, wenn sich das Ganze im Hintergrund runterlädt und dann auch in der Nacht installiert, womit ihr dann immer wieder auf der sicheren Seite seid. Wie das Ganze funktionieren kann, ich werde euch da zwei Tutorials verlinken und zu einem Beitrag komme ich nachher gleich noch, wo das auch noch vorkommt. Genau, muss ich gar nicht. Also, weiter geht's mit Threema. Threema, der sichere Messenger aus der Schweiz, der ist aktuell für 50% im Preisnachlass erhältlich. Das heisst, ihr solltet möglichst schnell zuschlagen, denn, oder sofern ihr noch nicht habt, denn die App ist, wie gesagt, reduziert erhältlich und dann könnt ihr auch ihr mit euren Freunden, Bekannten und Menschen da draussen sicher kommunizieren. Zumindest, wenn ihr nicht schon Signal als Alternative habt. Ihr wisst, wen ich meine, liebe WhatsApp-Nutzenden da draussen. Die Oppo-Inno-Days werden in den nächsten Tagen abgehalten. Respektiv, es hat schon mit einem Auftakt gestartet und auch dieses Jahr macht Oppo wieder mit etwas auf sich aufmerksam. Für mich irgendwie ein bisschen, wie hat der Autor des Blogposts geschrieben, eine Erinnerung an Love, Dad and Robots, oder wie die Serie heisst, oder irgendwie an Ilans Butler. Ja, es ist ein Hund. Ne, nicht Ilans Butler, der ist ein Mensch, sondern Boston Dynamics erinnernd. Eine Art Hund, der auf eure Kinder aufpassen kann, eure Post entgegennehmen kann und andere solche Geschichten. Dennoch ein Gerät, was ich unbedingt aus- und antesten wollen würde, auch mit der Familie zusammen, obwohl, ja, doch, irgendwie schon, weil Technik begeistert halt immer noch. Und zu guter Letzt habe ich euch noch einen Tipp auf daily.kiktok.ch und oder im Podcast für eures Vertrauens zum Nachlesen, wie du deine Daten auf dem Smartphone schützen kannst. Habe ich im pokipsi.ch-Blog ein bisschen was dazu geschrieben. Backup ist ein Thema, Passwort, PIN, Two-Faktor-Authentification, VPN-Nutzung und so weiter und so fort. Und dann eben die Dinge zu dem Update, wie ihr die durchführen könnt, vor allem wie ihr die automatisiert durchführen könnt. Da findet ihr die vorerwähnten Links dann gleich mit drin. In diesem Sinne, euch einen schönen und erfolgreichen Start in die Woche. So wie es ausschaut, wird es noch den einen oder anderen Tag schneien. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Ansonsten, es ist bald schon wieder Sommer. Es ist alles nur eine Phase. Bis bald, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.